Musik Unsere Galerie ist außergewöhnlich aufgrund dessen, weil wir über 120 Meter Schaufensterfläche verfügen, das, was eigentlich eine Galerie benötigt. Man muss gesehen werden, man muss strahlen und das tut diese Galerie. Das ist auch meines Erachtens die einzige Fläche hier in HafenCity, die den Ansprüchen gerecht wird. Musik Diese Galerie ist im Grunde genommen aufgrund der Beziehung zu Lita Kabelut entstanden und ich habe ihr versprochen, innerhalb von ein, zwei Jahren für sie eine Galerie zu schaffen, natürlich auch mit einer anderen Auswahl von Künstlern, aber im Grunde genommen war Lita Kabelut, die mir den Traum erfüllt hat, diese Galerie öffnen zu können, der Anlass hier nach Hamburg zu kommen. Musik 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 Ich liebe es, ich liebe es. Gregor ist ein unglaublich gut Art Dealer, dieser Junge, der hat viel Inspiration und Kraft. Ich liebe es, seine Mentalität zu sehen, dass die Art ist sehr fresh und sehr optimistisch. Und das ist das, was die Art ist notwendig. Wir brauchen Art Dealer mit Art, und dass sie nicht nur die Perspektive von Geld sehen, sondern die Perspektive von Possibilität, dass sie etwas für die Menschen, die mehr als eine Valium haben, die mehr Menschen können sich glücklich machen. Und er hat es mit dem Herz in seinem Herz. Musik 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 Wir haben noch gar nicht alles fertiggestellt, aber Hamburg hat uns so herzlich empfangen. Wir wollen uns in Hamburg ran pilchen, auch in die Hamburger. Wir wollen uns zart und sanft machen, und das hat aber gleich an den ersten Tagen funktioniert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020